Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 51 Und jetzt werden wir weitergehen und dabei etwas leveln Wo waren noch meine Kisten? Aber hier ist auf jeden Fall ein Zufallskampf Wobei wir ein bisschen unterlevelt sind Oh, sofort ein Volltreffer Au Und warum kriege ich jetzt dauernd Volltreffer diesmal? Gut, wirst du jetzt mal durch Rico ausgetauscht Special Clown Mondschlager geklaut Au Juna Dein Dienst Meist Magie Wieder auf Rico Wacker Du bist dran Mach den Rival platt Der lebt ja noch Lulu Schwarz Magie Wasser Auf dich Der lebt auch noch Der lebt auch noch Tedos Mach den Rival platt Ja klar Mach du einfach mal Lulu platt Engel Engel Weg mit dir Weg mit dir Schwarz Magie Subvita Subvita Ja klar Ja klar Ich bin total unterlevelt So wie Wie ich mich gerade So wie es gerade ist Und dauernd stirbt einer Er stirbt endlich Du Blitz Teilchen Du Teilchen Gold Au Fiese Ecke Jetzt gar nichts Außer ein Zufallskampf Mit dem ich jetzt gerade gar nicht gerechnet habe Ah diesmal wird es nicht so schwer Angriff auf Garki mal sehr Daneben Falls wir gehen weiter Mal auf Lulu Nein Weiß Magie Medica Auf Luna Die regen einen langsam auf Mach denen mal Dieses flatte Auge weg Riku Special Clown Ja genau auf dem richtigen Wut Wasserwut Ja Im Stück Au Ja Töte sie mal wieder Weiß Magie Engel Auren Weg mit dir Vernichtend Special Dagonik Schwarzmagie Wasser Und weg ist das Teilchen Das Teilchen Wamp Stereo Brett Benutzen Wunderseroid Und du gehst mal wieder zurück Wir können nochmal weitergehen Ah Riku Du gehst mir Angriff Aber sonst kann keiner weitergehen Ability Riku Nicht Riku Äh Verkannst du auch nicht Himari Heilen wir alle Mal wieder ein bisschen MP und so Alles auffüllen Und weiter geht's Ey Okay Okay Warum ist der jetzt Auf einmal dran War doch hier auch kein Teil Schwarzmagie Wasser Auf Den Ralvor Angriff 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 Ja Heil Dich Au Auf wen Au Juna Heil mal Auron Ja klar Wacker Angriff Riku Special Clown Horn Horn Schleif Laut Wen habe ich jetzt noch nicht benutzt Titus Oh Oh wacker Kann auch Extart Weiß mal wie Vita Wacker muss geheilt werden Ja heil Dich mal wieder Tombo Elemente Verdammt Schwert Teich Salto Auf Ihn Und sofort Gegengekriegt Lulu Schwarzmagie Wasser Auf dem Ralbor Da lebt ihr Immer noch So lange Reicht Weg mit dir Verdammt Neben Nicht auf Wacker Nicht auf Wacker Natürlich Auf Wacker Natürlich Engel Ja du bist Zurück Weg mit dir Weg mit dir Weg mit dir Weg mit dir Einfach ist es wirklich nicht im Moment Fast alle können Weiter Swerobrett Das sollte ich mal tun Benutzen Ability Eisrafen Bewegen Benutzen Geschick Und du Nimm mal die Analyse Und du Gehst mal Zurück Und du Erholst dir mal ein bisschen Leben Augen Könnt ja auch wieder Weiter Ein bisschen Weiter Zurück Sonst keiner Jetzt Ability Lulu Vita Einmal Wacker Einmal dich Einmal dich Machen wir ihn Und den Gleich mehrere Male Haha Daneben Ein seltsam leuchtendes Monument Toll Noch ein Zufallskampf Wen greife ich an Ihn Flotte Auge Weg mit dir Lebt dieses Vieh noch Schwarzmagie Wasser Auf dich Schon mal die Hälfte des Lebens Weg Au Riku Special Clown Blitzkugel Auron Hau ihn zu Klump Kimari Special Dragonic Auf ihn hier So ist er tot Au Lula hab ich verwendet Macker Macker hab ich Verwendet Trudas hab ich Verwendet Duna hab ich Noch nicht verwendet Weißbergi Vita Auf Kimari Angriff auf dich Au Warum Warum ist Blitz Stärker als Blitzrahm Hier soll das Klaber sein Warum Warum bist du nochmal dran Weg mit dir Hör auf Immer Ihn zu töten Wacker Hau ihm weg Ich bin gar nicht mehr Selber Und Auer Hau Teilchen Gold Weg Das lebt Ja noch Weg Mit Ihr Spärobrett Riku Benutzen Ah Du gehst Magie Abwehr Ability Ability Kimari Vita Nochmal Nochmal Auren Gut Alle sind geheilt Und ich würde sagen Hier beende ich Den Part Und das war Let's Play Final Fantasy 10 Part 51 Und bis zum Nächsten Part Und